Liebe Apokalyptiker, heute wenden wir uns tatsächlich mal einem apokalyptischen Stoff zu. Das ist die apokalyptische Ölberg-Rede in dem Lukas-Evangelium. Und ich betrachte das Evangelium als eine eigentlich versiegelte Schrift, die man nicht einfach so nur oberflächlich lesen kann. Also dann kann man sie zumindest nicht verstehen, man hat gewisse Ideen oder Gedanken oder Empfindungen. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber wenn man sich mit dieser Materie etwas tiefer beschäftigen will, dann sollte man das sorgfältig tun und eben lesekundig werden. Das ist ein lebenslanger Prozess. Also es setzt esoterisches Wissen eigentlich voraus und natürlich auch einen gewissen historischen Hintergrund und eben Lebenserfahrung, ganz konkret. Weil erst dann hat man den Grundstoff, mit dem man die Dinge eben auch nachempfinden kann. Also die apokalyptische Ölberg-Rede, hier in einer besonderen Übersetzung, die hilfreich ist, um die Inhalte zu entschlüsseln. In dem Fall übersetzt von Emil Bock. Einige sprachen über den Tempel, wie schön er doch mit kostbaren Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei. Da sprach er, ihr beachtet nur, was ihr mit Augen schaut. Es werden aber Zeiten kommen, da wird kein Stein mehr auf dem anderen sein. Alles fällt der Zerstörung anheim. Also es beginnt recht heftig. Und in unserer Zeit muss man vielleicht diesen Text so ein bisschen dem historischen Kontext, wir müssen ihn davon gewissermaßen befreien. Wir müssen in der Lage sein, die ewigen Inhalte von dem zeitlich gebundenen historischen Gewand ein bisschen zu unterscheiden. Also was ich hilfreich finde, ist eben, wenn man diese Szene hier anschaut, da sind Jünger beisammen und Jesus und auch hier zum Beispiel. Also nicht einfach nur Jesus, sondern nach der Taufe spricht man von Jesus Christus. Das heißt, einerseits hat man da einen Menschen und andererseits hat man da einen Gottesmenschen, einen Erleuchteten, einen Eingeweihten, der den Christusgeist in sich eben inkarniert hat. Und dieser besondere Mensch, der sozusagen in der Entwicklung vorausgegangen ist, der steht mit anderen Menschen zusammen und die schauen auf ein äußeres Geschehen, nämlich ein materielles Gebilde und bewundern das. Und dann spricht der Christus eben diese Worte. Ich wiederhole es nochmal, dann gehen wir weiter. Und sie fragten ihn, Meister, wann wird das sein? Und an welchen Zeichen sollen wir erkennen, dass es heranrückt? Er sprach, gebet Acht, dass euch niemand auf einem falschen Wege führt. Es werden viele kommen und in meinem Namen sprechen, ich bin. Und es ist an der Zeit. Folget ihnen nicht. Und er fuhr fort. Ein Teil der Menschheit wird sich gegen den anderen erheben und ein Reich des Daseins gegen das andere. Große Erdbeben, Epidemien und Hungersnöte wird es an allen Orten geben. Mächtige, aufregende Erscheinungen wird man am Himmel sehen. Vorher aber wird man Hand an euch legen, man wird euch verfolgen und an Lehrhäuser und Gefängnisse ausliefern. Und vor Könige und Stadthalter schleppen, um meines Namens willen. Also, vielleicht hier noch kurz, um meines Namens willen, was kann das eben heute heißen? Das heißt eben, dass diejenigen, die den höheren Menschen wirklich in sich entwickeln, dass sie im Grunde genommen mit dieser Verfolgung rechnen müssen. Dann wird es an euch sein, Zeugnis abzulegen. Trägt euch aber ins Herz ein, dass ihr euch keine Sorge wegen eurer Verteidigung machen sollt. Von mir werdet ihr empfangen, sowohl die Sprache als auch die Weisheit, der keiner von allen euren Widersachern widerstehen oder auch nur widersprechen kann. Auch von Eltern und Brüdern, Verwandten und Freunden werdet ihr verraten werden. Zahlreiche aus eurer Mitte wird man töten und von allem werdet ihr gehasst werden, um meines Namens willen. Aber kein Haar von eurem Haupte soll verloren gehen. Durch geduldige Tragekraft werdet ihr euch dann erst wirklich selber finden. Wenn ihr dann Jerusalem von Heereslagern umzingelt seht, dann wisset, dass die Zeit ihrer Zerstörung gekommen ist. Dann sollen alle, die in Judäa sind, auf Bergeshöhen fliehen und die in der Stadt sind, sollen herausgehen und die auf freiem Lande sind, sollen nicht in die Stadt gehen. Denn dann sind die Tage der höheren Gerechtigkeit gekommen. Und alles, was in der Schrift steht, findet seine Erfüllung. Wehe den Schwangeren und den stillenden Müttern zu jener Zeit. Denn schwere Schicksalsnöte brechen über die Erde herein. Kosmischer Zorn entlädt sich über dieses Volk. Viele fallen durch Schwertgewalt und werden in Sklaverei verschleppt unter alle Völker der Welt. Und Jerusalem wird zerstampft von den Heiden, bis auch die Zeit der Heiden erfüllt ist. Vielleicht hier kann man wagen, zu sagen, Jerusalem heutzutage ist nicht mehr unbedingt das geografische Jerusalem, sondern das ist eben dieser Ort, diese Städte, wo ein wahrer, authentischer, zeitgemäßer Kultus sozusagen vollzogen wird zur höheren Entwicklung der Menschen. Also das kann man so ein bisschen herauslösen, wie gesagt, aus dem geografischen und geschichtlichen Kontext. Und man muss nur wissen, dass man es tut und vielleicht vorsichtig sein, aber das sind so Dinge, die ich empfehlen würde. Also dieses Bildmaterial im Evangelium kann mit der Zeit durchlässig werden für dasjenige, was dieses Bildmaterial sozusagen in sich trägt, wofür es ein Vehikel ist eigentlich. Und natürlich hat es ein historisches Gewand, weil es in einer bestimmten irdischen Zeit eben geschrieben worden ist, aber man muss sich immer fragen, wofür ist dieses Bild ein Vehikel? Was wird da vermittelt? Und ist dieses Vermittelte vielleicht eben zeitloser Natur? Jetzt wird es heftig und es geht weiter. Und es werden Zeichen erscheinen an der Sonne, am Mond und an den Sternen. Und auf der Erde wird Bedrängnis herrschen unter den Völkern und Ratlosigkeit beim Heranbranden des Meeres und seines Woges Walles. Und die Menschen werden die Besinnung verlieren vor Furcht und in Erwartung dessen, was über den Erdkreis hereinbricht. Und sogar die Kräfte des Erdenumkreises und des Himmels werden in Erschütterung geraten. Dann wird der Menschensohn den schauenden Seelen erscheinen in den Wolken des Älterreiches. Umkraftet von den bewegenden Weltennächten. Umleuchtet von den Geistern der Offenbarung. Wenn aber das alles zu geschehen anfängt, so richtet euch auf und erhebet eure Häupter, denn dann naht sich euch die Erlösung. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum an und alle anderen Bäume. Wenn sie anfangen zu sprießen, dann könnt ihr daran erkennen, dass der Sommer nahe ist. So auch könnt ihr, wenn das alles zu geschehen anfängt, erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist. Ja, ich sage euch, ehe noch die Zeit der heute lebenden Menschen zu Ende geht, wird das alles seinen Anfang nehmen. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ein letzter kleiner Abschnitt, weil er eben wichtig ist zur Vorbereitung. Ütet euch davor, dass eure Herzen abgestumpft werden durch den Rausch und durch den Taumel und die Sorge des äußeren Lebens. Sonst kommt der Tagesanbruch plötzlich über euch wie eine Schlinge. Denn einmal wird er kommen für alle, die auf Erden wohnen. Seid also allzeit wachen Geistes. Übt eure Seele im Gebet, damit ihr stark werdet, allem, was bevorsteht, ohne Schaden zu entgehen und bestehen könnt vor dem sich offenbarenden Menschensohn. Ja, soweit der Text erst mal. Also ihr merkt schon, das ist eine besondere Übersetzung, die diesen spirituellen Link oder diese Brücke schon anfänglich schlägt. Das heißt, es ist ein Hilfsmittel im Vergleich zu den ganz alten Übersetzungen, die vielleicht den heutigen Menschen gar nicht mehr wirklich zugänglich sind. Es sei denn, man bringt eine wirklich solide Ausbildung mit. Aber dann ist wiederum die Gefahr, dass man zu formatiert ist in seinem Wissen und dann vielleicht gar nicht mehr diese seelische Jungfräulichkeit mitbringt, die eben für diese Inhalte auch gewissermaßen eine Voraussetzung ist. Ja, vielleicht soweit dazu.